Einer war ja hier. Ah, da ist auch noch. Eine Feder. Da war der erste, genau. Jetzt heißt es erstmal abwarten. Können wir mal schauen. Vielleicht schaffen wir es da irgendwie hoch. Irgendwie einen Weg. Gibt es da einen Weg? Oder komm, wir verprügeln dich hier mal. So. Den haben wir. Den jetzt eher nicht. Nein? Ok. Aber den jetzt. Den Creep haben wir jetzt befreit. So, wie viele Creeps haben wir eigentlich von insgesamt gerettet? Äh, Targebou. So, äh, Blaupausen haben wir 17 von 19. Respekt 11. Basen 5 von 5. Hufe 26. Da fehlen uns halt nur noch die drei hier. So, dann gehen wir vielleicht mal mit Carl zurück in unsere Basis. Wo ist denn die? Also direkt hier geradeaus durch. Genau da ist der Weg. Äh, das ist ein Ossefer. Ah, jetzt haben wir. Okay, ersten haben wir. Sind wir mal vorsichtig. So. Dann war der erste. Ach, ne, der sind jetzt. Okay, sind jetzt ganz woanders, oder wie? Und drei verschiedenen Stellen jetzt. Also nochmal wieder. Drei neue. Hier muss er sein. Okay. Jo, hier haben wir den ersten. Jo, alles klar. Komm, dann machen wir das jetzt. Ganz schnell, ganz vorsichtig. Nicht, dass er wieder irgendwo hängen bleibt. Jo, hier ist er irgendwo. Das da. Okay, I'm connected again. Ja, komm. Ja, ich bin dabei. Nur du bitte nicht wieder hängenbleib. Wir gehen mal nicht diesen Weg entlang, sondern ausnahmsweise jetzt mal außen rum. So, und dann schauen wir mal. Also doch, hier. Ja, also. Gut. Jetzt haben wir's geschafft. So, wo hin jetzt? So, wohin jetzt? Hier drin, oder was? This has to be the right direction. Wo geht der hin? Nein, Carl. Ja, 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 darum, darum, genau. Ach, hier. Ja, okay, komm. So, dann hier wahrscheinlich durch. Nein. Nicht umfahren. So, dann hier entlang. This has to be the right direction. Ja, you like this. Ja, von euch will ich nix. Hab keine Zeit für euch. So, dann hier entlang. Ah, hier. Da haben wir's. Hey, was sind die Bugs hier? Ich habe hier. No, weh. Ja, weh. Weh, weh. Weh, weh to be exact. Why, though? Why work for them? They literally have evil in their name. Du wirst niemals verstehen. Herr Bones ist wie ein Vater für uns. Wir waren ein Bugs, die wir uns nicht mehr überrascht und überrascht in den Straßen von Bumsbill für die ganze Zeit. Jetzt, schau mal an uns. Wir sind groß und stark. Kein mehr Schrauben. Kein mehr Schrauben. Das ist das Grund, dass wir ihm alle Redezeit haben. Speaking of which... Geh'n, Leute! Um... Ja, mach'n mal. Äh... Worab ich das jetzt in getan? Hier den Taubnado? Jetzt. Hier. Autsch. So, komm. Gebt hier noch einer? No more getting squished? Yeah, right. Okay, nice. So, dann haben wir jetzt... Hier... Zwei noch. Oh, Pau. I told you not to worry about your brain. In fact, my plan is already in motion. We just need to visit the rats. Okay. Okay, auf zurück zum Ratten. Ah, wir sind wieder bei uns in der Basis. So, okay, dann runter. Wir haben einen sehr interessanten Umweg genommen. Aber das war echt schon ein Aufreger, das mit Karl. Dass der da einfach festgepackt war. So. So, das ist aufgeladen. Wir haben alles. We got you the passcode. I think that should complete our to-do list. Amazing. It means our suffering will be over soon. Oh, apart from the fact that you're still missing half of your brain, correct? Jo. Hey, how about that? The funny thing is, I know exactly where the brain is. Oh. That's quite a distance from here. Yes. I see. Won't be easy. What flissern die da jetzt? Okay, kids. Time to move out. There is work to be done. Wait for us here. You helped us out tremendously. And now it's our turn to return to favor. We'll be back with your brain soon enough. Try not to get into any trouble while we're gone. Well, we can't just stand here aimlessly. Let's double check if the machine works at least. Äh, schalte die Maschine ein. Die hier? Äh, Eingabe-Code. Wenn du über diesen Punkt hinausgehst, wird dein Inventar gesperrt und deine Handwerks- und Baufähigkeiten beeinträcht. Stell dir sicher, dass du vorbereitet bist, bevor du diese Quest annimmst. Gelb, bist du sicher, dass du fortfahren willst? Ja, komm. Äh. Acht? Null. Null. Acht wieder, okay. Eins. Okay. Hä? Schubst er mich einfach rein? Schubst er mich einfach rein? Hä? Die Wahrheit ist... Du bist in meinem Körper. Du siehst... E.V.L.W.E. wanted to extract my soul and bind it to an object for safekeeping, or something like that. I forgot the whole evil speech thing they did. Anyways, they chose my shopping cart to be that object. They chose you. However, they didn't know that you were more than just a lifeless container. You were my imaginary friend. My best friend. My little Cartman. In my mind, you were always alive. I think this... gave you a soul or something. And this soul apparently found a way back into my empty body. Luckily for us, some underpaid intern mistook us for a failed experiment and dropped us on the street. You woke up and... Well, you know the rest. While it was fun to see things from your perspective, I think it's time to switch back. I hope you had your fun while in my body. No hard feelings, right, pal? Well... Okay... I knew this was totally shady. Stay away from him, you hunker junk. Hey, this is my body. Possessed by my shopping cart. I'll do whatever I want with it. Even if it means sort of killing my best friend and making him imaginary again. Disgusting. I was playing the rat forever. If changing it would mean hurting someone I care about. Well, I wouldn't. Not after everything I went through. Besides, I'm not letting a dirty rat get any closer to my body than necessary. Pigeons are considered flying rats and you already keep those pretty close. Don't you dare compare those noble creatures to some lowly vermin. Pigeons are saints and they obey my commands. There is one who doesn't. Get him, Pedro! Take him away and throw me far into the sea. Let me go! I command you to stop! Pfff. Alter. So absurd einfach. Und was mache ich jetzt ohne Karl? When I heard what he said, I just couldn't let him do that to you. And you probably hate me for disposing of your friend like that. Well, I'm no better than he was. Really. Aww. Evil Way is still looking for you, you know? And they won't stop. This soul thingy has to be really important for them. You have to strike first. Take him out when they least expect it. And what better way to do it than to strike from the inside. Okay, what are we doing now? Are you looking at someone who could slowly help with that? A scientist who left Eve away and is against everything it stands for. Father didn't want us to reach out to him as he is partially responsible for what we are now. I contacted him anyway. Like, in secret. So, don't tell father. He agreed to help when the time comes to make our move. I say, the time is now. Go find Dr. East. Where are I? You already met the Doc? Awesome. You know where to find him then? Come on. I'll do my own preparations in the meantime. Yeah, okay. Auf zu Dr. East. In the darkness. Neue Aufgabe. So. Aber wir haben jetzt keinen Karl. Karlchen ist weg. So. 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 Doll. Und wir haben keinen Inventar mehr. Und wir müssen was essen. Und trinken. Ja, jetzt bin ich eigentlich ein bisschen aufgeschmissen, wenn Karl nicht da ist. Wenn ich jetzt irgendwie geilen Loot finde oder so. Okay, da kann ich nichts machen. So. Immer ein bisschen was getrunken. kann ich nicht essen kann ich auch nicht essen ein bisschen muss sie noch jetzt brauche ich nicht mehr da kommen die dran und wir müssen außen rum boah jetzt fehlt mir carl ich würde jetzt gerne schneller dahin gehen und er ist hier unten ich habe schon erwartet dass du mit der rat Äh? Es ist ein kleiner Bewegung. Ein einziges 2-Person-Cell. Aber ich glaube, mehr Menschen werden uns freuen, wenn sie unsere Erkrankungen sehen. Das bringt uns zu unserem Plan. Ich muss über das Schrein wieder betteln, oder? Ich werde von einer einzelnen Säule gehalten. Das führt zu einer einfachen Schlussfolgerung. Wir werden den Schrein der Schrein. Wir werden den Schrein der Schrein der Schrein. Frage? Ja. Da bin ich jetzt gespannt. Also läuft er jetzt da? Alter. Ja. Geil. Alter. Fällt mir nix ein, was ich sagen kann. Wirklich. Wenn ich pinkel, leuchte zum Dunkeln. Wirklich. Alter. So bescheuert. Was haben die Entwickler genommen? So. Gönnen wir uns? Leuchtet er dann auch im Dunkeln? Was denkst du, du wirst... Zeit um die Autoritäten zu kenne. Klar, das Leuchten bleibt nur kurz an ihm. Und das war's dann. Oh. Der Tunnel ist ja gleich bei uns hier. Und er kommt ja immer noch hinterher. Nein? Ah, ist hier drunter. Okay, nicht auf dieser Seite hier drunter. Wahrscheinlich da auf der Seite drunter. Aha. Das hier. Das ist es also. So. Jo. Erstmal kaputt machen. Alle. Ich kann hier nix sehen. Okay. Jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen Licht. So. Keine Ahnung wohin. Alter, wie viel kann ich pinkeln? Aber sieht schon krass aus, finde ich. Jo. Mach mal ein bisschen so. Ach ne, der schon wieder. Jo. Ich mach mal kurz. Zeit! Der hat jetzt aufstehen! Äh, yo. Äh, warte. So. Und! Nein! Den hier. Bleib bitte da. Bleib bitte tot. Ah, okay, gedrückt halt wieder. Ah, hier können wir nehmen. So, irgendwo ist hier was aufgegangen. Nur wo? Wo ist hier jetzt was aufgegangen? Hä? Wo sind die Öffnungen jetzt, wirklich? Da hinten vielleicht. Hier brauchen wir nicht zu pinkeln. Hier leuchtet er. Ah, hier. Ah, nice. Warte. Yo. So, dann können wir jetzt den hier eben schnell machen. So. So. Also, da kommt der Große jetzt. So. Äh, nee. Dort hier. Gibt es hier auch noch irgendwie einen Weg? Ja, da hinten. Dann ist hier wahrscheinlich das nächste Tor. Ah, der hat nun wieder. Ah, hier haben wir wieder Schmerztabletten. Ach, ach, nee. Bleib weg. Wo ist er denn? Da. Komm. Yo. Den. Alter, schreck mich nicht. Ich möchte den einen da hinten loswerden. Wo ist der Dürch hin? Der eine? Da war doch gerade noch einer. Lebt er? Noch? Schauen wir mal. Ob es hier noch weiter geht. Oh. 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 Ja, Limonade gönnen wir uns. Ne, da hinten gab es ja noch was. Aber hier auch. Ah, hier haben wir das Tor. Und hier haben wir noch ein Tor. Oh, ähm. Time to give the Kree. Jo. Komm. Einmal bitte alle drauf gehen, ja? Ja. Nehmen die das? Anscheinend nicht. Aber gut, dass hier genug Gips. Aber ey, das mit dem Pinkeln, das ist so bescheuert. Wirklich. Wie kommt man auf diese Idee? Wir pinkeln uns den Weg. So. Ist wahrscheinlich der hintere gewesen, oder? Ne, hier. Hier. Jo, genau. Sind die tot? Ne. Du jetzt auch? So, das war's dann. Gut. So, was gibt's denn hier noch? Aber wir gehen lieber erstmal... Wir bleiben erstmal noch hier. Ah, da läuft sie dort. Uh. Also jetzt ausgerechnet sehen allen hier... vor die Füße laufe. Ach nee, der ist ja groß jetzt. Der ist ja groß. Wo ist der Käfermann? Da. Alter. Was ist das jetzt? Ich hoffe, jetzt ja. So, da haben wir den hier jetzt. Da ist der Weg, wo wir hinmüssen. So. Autsch. Der lebt ja immer noch. Der lebt ja immer noch. Alter. das ist der Weg. Das ist jetzt normal. Der lebt ja immer noch. Der lebt ja immer noch. Der lebt ja nicht. Ach ne. Der eine ist und wieder. So, komm. Wo ist denn der Käfertyp? Der ist hier los. Wo kann der nicht einfach jetzt liegen bleiben? So. Bleib tot. Ach, noch einer. Okay. Wir brauchen jetzt irgendwie was zu futtern. Gibt es hier irgendwie was? Oder Medizin. Geht auch. Ja. So, dann hier haben wir das. Das muss da hinten gewesen sein. Ich dachte jetzt irgendwas ist hier noch so am... Wo kommen die denn jetzt her? Ja. Okay, wo ist der Käfer? Da ist er. Aua. Da. Da. So, da müssen wir hin. Ist er jetzt tot? Ne, noch nicht. Ah, der auch noch. Kann der nicht an... Ja, jetzt. Gut. Dann gehen wir jetzt da rein. Dann haben wir das erreicht, geschafft. Der hört sich an wie Karl. Der hört sich an wie Karl. Der hört sich an. Der war. Dein Dich ist weit über meine Fehlung eines Brüder. Ein Weg über dich, Karl. W-----I. Ich wusste, dass du hierherherhert. Die Maschine war nicht genug für dich, war es? Menschen wie du immer wollen mehr! Admit es! Du willst, alles, was ich gebaut habe, denn du bist stolz für meinen Erfolg! Du wirst nicht weg von dir aus, Bruder! Du wißt du... Meine Bugs haben einen Freund von dir getötet. Und du wißt du, was er hatte in seiner Beziehung? Ein Bugs! Und die Pläne, um hier mit dir zu planten! Ich bin Angst, unser Plan wurde kompromisiert! Scheiße! Du wirst mich verabschieden, Monologue! Er ist richtig, aber dein Plan wurde kompromisiert! Jetzt habe ich dich genau wo ich wollte! Es scheint, dass du einmal in dein Leben bist mit mir zu sein! Du wißt du... Es gibt rumori, dass ich meine Säule offerte, in exchange für meinen Erfolg. Es sind die rumori, es ist wahr! Es scheint, dass es ein schlechtes Problem ist, aber ich immer hatte ein Pläne, um die Twins-Säule von meinem Bruder, anstatt von meinem eigenen! Um... Oh! Oh! Ich bin für dich für Jahre alt! Du hast immer deine Pest-Säule, um dich zu retten, um dich zu retten. Du bist die Kräpe! Ich dachte, dass ich eine Pest-Säule von meinem eigenen hat. So habe ich angefangen, einen zu machen! Gratsten-Work! Too intelligent, um die Orders blind zu folgen! Bugs, auf der anderen Seite! Huh? What? Du hast die Idee! Du hast dein Bestes versucht, aber es ist Zeit, um dich zu retten. Also bitte, stand still, während meine Pest-Säule von dir ausbauen! Okay, äh... Ne, ich möchte gerne Shuriken. Achso, ist nur der jetzt erst mal. Kämpfe um dein Leben. Okay, hinter mir ist auch keiner. Jo! Nein! Ah, hier gibt es auch Medizin. Okay, gut. Alter, wie viel kommen denn hier noch? Alter! Oh, die Musik gerade so bestreuert! So! Ja! Oh! Warum bist du immer so wie das? Kannst du nichts mit dir einfach sein? Ich bin glücklich, dass ich nicht mehr habe. nicht mehr überrascht habe. Ich bin glücklich, dass ich ihnen keine Hausten habe. Ich bin glücklich, dass ich deine Hausten habe. Achso, denn ich habe es dir ein YouTube-Books. Okay, jetzt kann ich nur noch so. Alter. Komm. Aua. Yo. Alles klar. Warte. Schnell. Hier. Den haben wir. Alle Fertigkeiten sind ausgerüttet. Fertig. Okay. So. Muss ich mir eben jetzt schnell den hier gönnen. So. Was geht denn hier jetzt ab? Ja. 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 Jetzt fehlt nur noch Mr. Alex. Und so weiter. Kommissar. Oder Kommissar Alex. So. Okay. Trixie muss ich jetzt beschützen. Warte mal. Kann ich wieder? Ja. 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 Warte mal. Die müssen wir. Massen. Hey. Wer ist Trixie in Ruhe? Komm! Wie schwer kann er sein Pixie zu beschützen? Wie geht er immer noch? So Ach komm Kann doch nicht sein Ich werde mich verarschen Was ist denn was? Jo 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 Schnell, 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 schnell weg Ganz schnell weg Warte mal, ich hab ne Idee Null in front of the bug Jo Oh, ich werde dich wegwerfen, Junge! Jungs, du hast deine Zeit, Freundin! Na gut, ich weiß, wann die Verlust zu machen. Zeit, zu evakuen! Lass den Prisodier und mich auf den Elevator. Warte, ich habe etwas wichtiges zu erzählen. Du hast 5 Sekunden! Das ist mehr als genug. Nur für Kapitalismus! Okay. Und das Ding stürzt jetzt ein, alles klar. Das Ding stürzt jetzt! 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 Äh, äh, älter, neunter? Ne, noch nicht. Ähm. Oder? Älter? Haben wir die? Ne, dritter. Aber älter, neunter ist das nicht. Sorry, ich war jetzt zu sehr hier vertieft. Ich war jetzt zu sehr hier vertieft. Ach ja, stimmt! Ja, äh, ne, 11. September ist das nicht. Ich habe jetzt irgendwie komplett falsch verstanden. Aber ja, wir haben das Spiel jetzt durch. Okay. So, check doch. Ähm. George Hector. Äh. Äh. Ja, okay. Äh. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wertes Spiel gewesen. Also. Ich, also, ja. Ich fand das auf jeden Fall lustig. Muss ich sagen. Wurde mir auch empfohlen. Aber. Ey, das ist so bescheuert. Also. Ich weiß da auch gar nicht wirklich, was ich noch sagen kann oder so. Und jetzt auf einmal von Deutsch auf Englisch die Untertitel. Okay. Auch super. Ja, okay. Aber ich muss sagen, es hat schon doch Spaß gemacht. Wieso? Hm. Hm. Oh, great. Aber. Ich weiß jetzt nicht, in wie viel oder in wie weit das Spiel mein Leben bereichert hat. Okay. Ja. 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 Ich würde sagen, ähm. Kann ich das irgendwie ein bisschen vorspulen oder so? Ja. Okay. Ich finde es trotzdem super. Auch hier wie die jetzt noch ein bisschen quatschen. Ja. Sehr, sehr bescheuert. Also. Mir fällt gar nichts mehr ein, was ich noch sagen kann dazu. Ähm. Muss man selber gespielt haben auf jeden Fall. Muss man selber gespielt haben auf jeden Fall. Ähm. Ähm. Okay, aber. Ja, ich bin auch zur Hälfte auch noch ein Gleischen dabei am Zuhören, weil die, weil die hier so viel labern noch. Hm. Okay. Ah, du warst bei der, äh, Funkpeilungsmission. Okay. Ähm. Ja, äh. Da war ich ja auch. Ich musste da auch sogar nochmal neu starten, weil Karl, äh, das Wunder der Natur hier einfach sich mal festgebugt hatte. Irgendwo. Bei dem, bei dem dritten Peilsender Lokalisierungsding. Und da einfach dann festgesteckt hatte, so und, äh, selbst wenn man gepennt hat oder keine Ahnung wie weit man von dem entfernt war, der einfach nicht neu gespawnt ist. Der ist einfach da festgesteckt. Ich musste wirklich dann neu starten, das Spiel. Shut up, Windows! Hä, was? 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 Was war jetzt mit Mr. Jello? Mr. Jello? Warum hat er jetzt mit Windows angeschrieben? Weiß ich nicht. Aber ja, wollen... Die, die Story vom Spiel auf jeden Fall so absurd einfach. Alter, was schreit er hier so rum? Alter. Sehr, sehr laut. Ich hoffe, dass es jetzt für euch nicht zu laut hier, wenn ihr zuguckt. Ich muss mal schauen, dass ich das nachher, wenn ich das für YouTube schneide. Äh, dass ich das von der Audio her ein bisschen runtersetze oder so. 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 Das ist alles Comedy Gold! Comedy fucking Gold! Ja, Jello soll mal ein bisschen ruhiger sein. Was ist das? Ist das ein PG-13-Game? Ah, wurde auch mit Unreal Engine gemacht. Stimmt, stimmt. Da war ja was. Unreal Engine 4, glaube ich. Oder war das noch? Fantastisch! Fantastisch! Ich fände es aber schade, dass sie jetzt hier beim Abspann nicht die Musik gemacht haben vom Spiel. Also, dass man das auch noch hören kann. Ach so, das One Piece ist echt. Okay. Dann machen wir uns mal auf Versuche danach. Wieso? Okay, dann muss das jetzt wahrscheinlich das Ende vom Abspann sein. Ja. Es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ähm, mit der Story? Sehr, sehr weird auf jeden Fall. Also, da hat man sich schon Mühe gemacht. Ah, wir haben es fertig. Ja. Könnten wir eigentlich Spaß haben jetzt und so. Aber ich würde sagen, dieses Let's Play würde ich dann jetzt auch gerne beenden wollen. Dann können wir das auch hier einmal auch noch speichern. Jo. So. Und dann, äh, für die, die auf YouTube zuschauen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und ich bin's, euer Maxideus und ciao. Danke. Gut, ich habe das, was ich? Oh, ja! Ha ha! La la la! You're going down, creep! You shouldn't have messed with the bugs! Ha ha ha! Wow! La la la! La la la! La 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 la! Ah!